hallo und herzlich willkommen auch von mir wieder zurück wir steigen wieder ein mit nitronic rush ich weiß nicht wer hier teil das ist auch egal auf jeden fall wir waren bei den hardcore level stehen geblieben als letztes hatten wir nämlich als ich darüber geredet habe das hier gemacht jetzt machen wir weiter mit den challenge er will sehen auf jeden fall schon mal ziemlich cool aus ich habe die wie schon gesagt früher mal gespielt das ist auch schon einige zeit her und ich habe auch ein bisschen was zu erzählen ich hoffe ich vergesse nicht alles was ich sagen wollte deswegen fangen wir aber trotzdem erst mal an oh gott wir gehen noch mal die steuerung fliegen ja so konnte ich fliegen okay gut oder auch nicht gut so okay gut machen wir das erst mal wir versuchen ist zuerst mal so schon eher und zwar gibt es die themen videos videos nicht viele videos es gab nicht viele videos jetzt soll sich das zumindest erst mal nach vorstellungen ändern und ja folgendermaßen zuerst hatte niemand wirklich zeit ich selbst nicht ich hatte ja wie schon gesagt pause eingelegt jetzt geht auch wieder von mir weiter gestern kam ein video von enrico und von murat wenn ich jetzt gerade drauf ja bin ich okay und davor auch noch mal irgendwann von denn wir haben jetzt feste upload zeiten wieder mal aber diesmal nicht ganz so hart und deswegen machte und deswegen auch weniger deswegen kommt jetzt auch also es kommt hoffentlich regelmäßiger videos es kommen aber ich hoffe dass es auch so eingehalten wird so ungefähr weil sonst wäre es halt ziemlich scheiße auch denn wir haben bemerkt es sind viel zu wenig denn null ist etwas zu wenig ein bisschen unter meiner vorstellung deswegen naja und deswegen versuchen wir jetzt alle etwas mehr zu machen und wir haben es geschafft die weiß kommen wir auch noch und wir sind zweiter gewonnen ich ruhig start continue ok nächstes level zu den themen wann wir hochladen oder alles sehr ganz genau zu sagen wissen das jetzt okay wir sind schon mal tot ja ist das okay ich bin schon mal gut wir haben jetzt jeder ein einzigen taten ausgesucht und falls manchmal der ton leckt da kann ich nichts für das ist auch bei mir so selbst wenn ich nicht aufnehme aber immerhin lang ist einigermaßen flüssig läuft ist es ja noch okay und zwar alter jetzt geht doch hier durch ja ja wir sind voll gut geworden okay jetzt hat es gerade geleckt und zwar dann waren das bis jetzt ist wollte so eine art zum beispiel wollte arne der hat nämlich gerade irgendwas mit seinem internet das heißt er ist umgezogen und hat gerade irgendwas mit seinem internet so dass er das natürlich wieder mal nicht hinkriegt und deswegen ist ja im moment auch gar nicht mehr online und gar nichts und deswegen wird für ihn ihm wahrscheinlich nächste zeit erst mal gar nichts kommt das heißt aber nicht dass allgemein ganz kommt denn kommen wir schon zum nächsten typen der jetzt gerade nicht da ist und zwar ist das rené denn der ich kann warum vor ein paar tagen waren noch da mit vorn paar tagen meine ich ungefähr von der woche oder so und ich habe keine ahnung was jetzt gerade mit dem ist okay ich glaube wir müssen um durch ok 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 der kommt nämlich im moment leider nicht mehr ganz so oft an oder anders gar gar nicht wir haben jetzt nicht ehrlich noch gefällt oder komm schon das müssen wir jetzt noch schaffen nein flügel umdrehen wo ist das ziel wollte ich sie gar nicht okay das schaffen wir nicht mehr also noch mal scheiße und zwar rené der kommt wie schon gesagt nicht online deswegen haben wir für ihn im moment auch nichts denn wir haben jetzt pro woche einen einzigen tag das heißt wir müssen nur noch ein einziges video pro woche hochladen und das müsste eigentlich machbar sein das habe ich extra macht vielleicht wird es irgendwann mal angehoben werden wir das so einigermaßen schaffen was ja man ziemlich gut aussieht das eventuell mal ein paar videos mehr in der woche kommen von pro person so denn im moment ist so enrico der hat das so dass er ihn mit waffers hochladen muss die uhrzeit ist scheißegal also egal ob jetzt zehn uhr morgens oder zehn uhr abends doch ein limit sollte schon so irgendwie noch geben aber das überlegen wenn er noch wir haben ein neues intro ich weiß es nicht ob ich schon hier vorschneiden werde ich glaube ich werde ich habe keine ahnung werdet ihr werdet ihr dann sehen intro wir haben eine neue endkarten nicht wir haben aber ein neues kanalbild da ist nur an nämlich gerade dran da hat er den auftrag bekommen und da habe ich gerade gefällt und zwar sieht das schon einigermaßen gut aus denn dieser weiße hintergrund mit der die geld das ist halt einfach musste ich dann noch mal alles umändern also werden wir dann auch mal sehen auf jeden fall haben weiter zu den uploadplänen ich bin jetzt völlig ankommen also enrico jeden mittwoch murat wäre dann jeden freitag dran und ich bin dann jeden samstag weil den jemand haben wollte bis jetzt das heißt wir hatten dennoch zwei andere tage weil wir insgesamt fünf sind zum beispiel jetzt das einer noch am donnerstag kommt und der andere dann am montag oder dienstag oder sowas sonntag weiß ich ob da auch was sein sollte mal gucken und ja machen wir erst mal das nächste spiel links disabled das ist ist nicht ganz so gut naja mal gucken und ich bin halt jeden samstag und ich nehme im übrigen auch gerade am samstag auf das heißt ihr werdet das genau heute sehen falls ihr genau heute reinguckt er ist da vorne schon ziel ist das ein zug da müssen wir abfahren alter hätte zugebracht immer auf oh ja er hört auf und wir haben gewonnen okay das war jetzt einfach naja und nein das ist natürlich ein t tvd ist im übrigen das v soll eine fünf darstellen römische fünf deswegen ja falls sich da jemand irgendwie gefragt hat oder so ach ne das level kann ich glaube sogar noch oh ja das kann ich noch da weiß ich so oder so dass ich es niemals geschafft habe weil es einfach nur so mega schwer war ich meine normalerweise müsste man da jetzt links an die wand ran aber das schafft man ja schon kaum also ich bin gerade kurz am überlegen ob ich das jetzt schon überspringen soll ja okay ich glaube ich überspringen das echt so machen wir lieber das hier das sieht mir ein bisschen besser aus wo war ich stehen geblieben abfloppen blablabla müssen wir noch alles umändern wird man dann aber auch sehen dann ja ich bin gerade ein bisschen langsam so intro hatte ich auch schon gesagt upload zeit nachher genau dann vielleicht noch zum spiel skill was ihr wahrscheinlich noch kennen werdet was ich sehr sehr gerne mochte das möchte jetzt im moment leider nicht bei mir deswegen ich werde noch mal gucken ob ich mich darum kümmere also natürlich werde ich das machen aber ich muss gucken wann und ja und zwar es hat was mit game fotos zu tun darüber kann man es öffnen und das möchte sich im moment nicht mehr öffnen und deswegen kann ich es nicht mehr download da ist komplett den set ich habe weil es von anfang an nicht wollte da war nämlich irgendein fehler wahrscheinlich weil ich sehr sehr lange nicht mehr gespielt habe und es irgendein update gab was man unbedingt schnell und dringend machen musste oder so weiß ich selbst nicht er ist nur den vermuten jetzt gerade und ja deswegen skill halt will nicht geht nicht kommt auch erstmal nicht aber dafür habe ich sehr sehr viele andere spiele noch und ja machen wir erstmal weiter dieses level hier und sofort ins ziel reinfliegen ich glaube wir sind sogar erster oder jup nein nicht e d warum wir sind sogar erster geworden ja das ist doch gut mal gucken was ist das denn oh das sieht ein bisschen komisch aus naja komm am rand links fahren das geht schon pfff ok das ging doch nicht ganz so gut ja denn ja mal komm ok 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 nach links nach rechts oder doch nicht oh lol alter das war knapper als gedacht ok 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 wo links denn jetzt oh ja komm oh nein wie das denn oh ja komm what ach ja komm wie überältet das ist doch recht schwer boah na die ich weiß es nicht wie lange diese party wird im moment sind wir so ungefähr bei ich kann gerade schlecht gucken im moment ok jetzt kann ich gucken ungefähr bei elf minuten ich glaube sogar ein bisschen drüber äh äh ja der part von enrico gestern er musste ja keins hochladen aber er wollte echt gestern freiwillig ans hochladen was mich sehr überrascht hat positiv äh äh jetzt mach doch mal was fuck äh äh war glaube ich nur sieben minuten oder sowas oder acht ist eigentlich egal weil das ja war ja eine extra folge aber so lange wenigstens irgendwas kommt bin ich auch glücklich kann man so sagen das ist also ich denke schon dass man das schaffen kann aber irgendwie ist das echt schwer ich versuche mal rechts rum zu fahren um dann hier jetzt durch zu ja das sieht gut aus das sieht gut aus das sieht gut aus ja komm jetzt müssen wir schaffen alter junge ja und das haben wir dann genau getroffen ok ja wenn wir jetzt nochmal gucken wieder mal ja ja ich glaube das hier wird auch das letzte level sein in der hoffnung dass ich das noch schaffe ja ja lass einfach mal die flügel weg wir brauchen wir muscheln fliegen alter jetzt ist es aber was hat das denn ok jetzt aber fahren wir durch die mitte schlechte idee nicht gut ok 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 dann fahren wir jetzt hier links und tot ok 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 da gibt es noch irgendwelche themen worüber ich unbedingt reden müsste wenn ich einmal vergessen wird es sowieso im nächsten video kommen alter also das ist echt voll schwer der dreht sich nämlich immer so dass man nicht wirklich gut lenken kann ja das ist genau das was ich meine der bist nämlich genau in der mitte und dann kannst du nicht mal fliegen äh sonst könnte ich eigentlich nur noch darüber reden was man so als nächstes spielen könnte ich habe noch einige spiele ich meine das hier geht ja jetzt auch noch ein bisschen denke ich mal weil da gibt es noch ein paar level so von nach rechts von nach links halt war das verkehrt herum alter das gibt es nicht das ist doch ja komm last try jetzt sonst mach ich das das nächste mal ja komm nicht schlecht schlecht ganz schlecht okay komm einmal geht noch ein einziges mal ähm ich überlege echt noch ob ich noch einmal was hätte was so wirklich wichtig wäre aber ich glaube das war es sogar ja ich hoffe dass es jetzt wirklich ein bisschen besser läuft alter das gibt es nicht wie mega schwer es einfach ist ja ok ja ich gucke jetzt nochmal kurz mal gucken ob ich das jetzt so schaffe ja so 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 flügel nochmal wieder und tot okay ich glaube ich probiere das echt nächstes mal weil ich glaube nicht unbedingt dass ich das jetzt noch schaffe denn wir sind auch schon wieder bei 15 minuten oder so jetzt fliege doch einfach durch jetzt fliege doch einfach durch warum geht das jetzt nicht mehr vorhin ging das doch so leicht okay dann versuche ich nochmal recht rum zu fahren so 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 ja link einfach mal gar nicht okay jetzt jetzt aber wirklich der allerletzte versuch sind das muss ich echt auf den dann ja okay 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 also das war jetzt gerade wir sind immerhin schon mal ein bisschen weiter gekommen jetzt durch jetzt okay naja war knapp aber dann gehe ich echt mal wieder ins main menu genau ja dann machen wir nächstes mal hiermit wieder weiter nicht dass ich das vergesse oder so aber ich hoffe das wissen wir noch und wir können auch mal andere fahrzeuge ausprobieren denn da gibt es euch noch welche aber dann war es das erstmal und dann bedanke ich mich schon mal fürs zuschauen und dann bis nächste woche ja 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 ja